Am letzten offiziellen Tag seiner Südostasienreise kann der Bundespräsident einen positiven, Auf allen drei Stationen hat er einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, trotz mancher Kritik an den Partnern deutscher Entwicklungshilfe. Für sich selber hat er die Erfahrung gewonnen, dass diese Hilfe mehr als bisher auch humanitären Zwecken dienen muss. Diese Position will er nach seiner Rückkehr in die deutsche Politik einbringen. Am letzten offiziellen Tag seiner Südostasienreise kann der Bundespräsident eine positive Bilanz ziehen. Auf allen drei Stationen hat er einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, trotz mancher Kritik an den Partnern deutscher Entwicklungshilfe. Für sich selber hat er die Erfahrung gewonnen, dass diese Hilfe mehr als bisher humanitären Zwecken dienen muss. Diese Position will er nach seiner Rückkehr in die deutsche Politik einbringen. Ich danke dir. Vielen Dank. Das ist die erste Malmögen, die in den Köln der Köln der Köln der Köln der Köln der Köln. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Keine Puse. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Very nice. Thank you. 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 Thank you, Thank you. Thank you.